Ich bin eine kleine Randfigur, aber mit großer Begeisterung dabei, weil mir einfach das Gesamtprojekt richtig Spaß macht. Natürlich sind auch Inhalte wichtig und diese Bücher von Oliver Hassenkamp, der mir in erster Linie ein Begriff war als Partner von Erich Kessner. Das sind Bücher, die ich früher auch gelesen habe und ich drehe sehr gerne Kinderfilme. Weil ein Kinderfilm heutzutage nicht mehr ist, einer setzt sich einen roten Plüschhasen auf und ist lustig, sondern das sind ja richtig aufwendige, sehr, sehr gewissenhaft gemachte Produktionen. Also mach ich mit großem Spaß. Du kommst auf ein Internat. Kein Internet, sondern ein Internat. Es ist eine Burg, ganz alt. Richtig abenteuerlich. Sie heißt Burg Schreckenstein.